Da gehört auf alle Fälle die Arbeit dazu und ich möchte dieses Beispiel von dir nochmal mit aufnehmen. In der Karriereberatung teilen wir das in drei Teile auf und ich glaube, das könnte für diese Diskussion ganz gut sein. Denn es gibt sozusagen auf der einen Seite die Person, auf der zweiten Seite die Funktion und auf der dritten Seite alles das, was du als Profession mit einbringst, wie du deine Rolle auslegst, wie du das gestaltest. Und viel von dem, was du jetzt erwähnt hast, war mal auf dieser persönlichen Ebene, wo man mal abklären muss, was bringst du da eigentlich ein sozusagen? Gibst du all das, was es braucht? Ist das das Richtige für dich? Ist das das, wo du dich sozusagen engagieren möchtest, wo du Kraft drinnen findest und wo du auskommst? Das zweite jetzt aus Führungskraftsicht, aber auch aus Mitarbeitersicht in Wahrheit auch, ist natürlich deine Funktion. Wie lebst du das eben aus? Was tust du dort? Wie ist deine Interaktion mit Mitarbeitern? Wie ist deine Interaktion mit deinen eigenen Vorgesetzten? Was ist dein Primary Task? Warum hast du diesen Job? Was sollst du dort erledigen? Was ist sozusagen das eine Ding, was alles andere überstrahlt? Und siehst du das richtig zum Beispiel? Oder tust du alles, um diesem einen Ziel näher zu kommen? Und dann die Profession ist halt einfach alles das, was je nachdem, in welchem Job du halt arbeitest, was sind dort Gebräuche? Was sind dort Annahmen, die man einfach oft unreflektiert übernommen hat? Und das sind zum Beispiel Unterschiede, die sind, wenn du ein Arzt bist, ist das ganz anders, als wenn du ein Betriebswirt bist, ist das ganz anders, als wenn du ein Techniker bist. Da kommt diese Sozialisation, diese berufliche einfach mit hinein, wie du das von Anfang an sozusagen erlebt hast und erfahren hast und da ein bisschen oft mal den Blick dahinter zu werfen, zu vergleichen mit anderen und sich dann sozusagen das für sich selber Richtige davon herauszunehmen oder ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, das ist wichtig, glaube ich. Und alle diese drei Dinge, also Person, Profession und Funktion, sind sozusagen grundlegende Bausteine, um so eine Karriere zu planen und voranzutreiben. Und ich finde, das ist auch jetzt gerade im Thema dieser Neujahrsvorsätze total wichtig, da einfach eine strukturiertere Basis sozusagen zu haben, auf der man dann aufbauen kann und dann Veränderungen auch überlegen kann. Die wie du, und darum bin ich so angesprungen darauf, du sagst vielleicht, ja, an einem Mitarbeiter, das geht so nicht. Und in Wahrheit wäre es vielleicht gut, ein bisschen mehr auf dich zu schauen, was du sozusagen dazu beitragst, dass die Situation so ist, wie sie ist. Weil wenn es an dir unter Anführungszeichen liegt, dann bringt natürlich auch oft eine berufliche Veränderung nichts, weil du das dann einfach mit in den nächsten Job und in die nächste Aufgabe mitnehmen wirst. Vielen Dank.